Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich immer noch an der Börse Stuttgart. Und zwar jetzt wird es richtig spannend. Wir sind jetzt bei Norbert Paul, einem Derivatehändler an der Börse Stuttgart. Ja, hallo erstmal Herr Paul, vielen Dank für dieses Interview schon mal. Vielleicht können Sie mal in zwei, drei Sätzen ganz kurz erklären, wer Sie sind und was Sie hier machen. Ja, mein Name ist Norbert Paul. Ich bin seit mittlerweile 15 Jahren hier an der Börse als Händler tätig. Genau und gebe Ihnen mal hier einen kleinen Einblick, zeige Ihnen mal ein bisschen, was wir hier so den ganzen Tag machen. Das glaube ich auch für Ihre Zuschauer ziemlich spannend, denn man hat A, oft nicht die Möglichkeit überhaupt mal zu sehen, was in der Börse gemacht wird und B, stellt man sich das Ganze oft immer so ein bisschen vor wie an der Wall Street, so wie man das kennt, alle fuchteln wild hin und her, ist bei uns ein bisschen anders. Okay, ja, vielleicht fangen wir gleich mal damit an. Können Sie denn überhaupt so den klassischen Arbeitstag eines Börsenhändlers mal kurz beschreiben, was Sie so den ganzen Tag hier, wir sehen natürlich schon mal hier so eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene Bildschirme mit den klassischen Candlesticks und so, aber wie funktioniert das jetzt im Alltag? Also einfach mal vielleicht einen ganz normalen Kundenauftrag durchgehen oder so. Also erstmal einen ganz normalen oder einen ganz alltäglichen Tag, wie es vielleicht jemand gibt, der am Band arbeitet oder so, haben wir nicht. Denn wir müssen immer darauf warten, was gibt uns der Markt vor. Ich habe hier zum Beispiel Reuters, unser Informationssystem, wo wir dann sehen, wie verändert sich der Markt, was gibt es für neue Nachrichten. Und je nachdem, ob zum Beispiel spannende Wirtschaftsnachrichten kommen oder Unternehmensdaten, wird sich dann der Markt vielleicht auch sehr stark bewegen. Und das animiert natürlich dann unsere Kunden dazu, dass Sie auch einen Wertpapierauftrag geben wollen. Egal, ob Sie verbriefte Derivate handeln wollen, Aktien, Anleihen, Fonds, das ist egal. Sie geben dann, und das ist auch ganz wichtig, bei Ihrer Bank den Auftrag, dass Sie handeln wollen. Zum Beispiel, dass Sie eine Aktie kaufen wollen. Und dann muss man quasi nur angeben, dass man in Stuttgart handeln will. Und dann kommt der Auftrag zu uns. Das ist ganz wichtig, weil ich werde oft immer wieder gefragt, kann ich direkt bei Ihnen anrufen und sagen, Herr Pauli, jetzt kaufen Sie mir mal 1.000 Daimler-Aktien als Beispiel. Also das geht nicht. Bei uns dürfen nur zugelassene Handelsteilnehmer zulassen. Also das sind vor allem Banken. Ansonsten müsste ich prüfen, hat der Kunde das Geld oder hat er die Aktien im Depot, wenn er verkaufen möchte. Also das geht nicht. Wir vermitteln die Aufträge. Das heißt, ein Kunde möchte kaufen. Dann schauen wir, ob wir irgendwoher diese Aktien besorgen können, dass der Kunde die bekommt. Oder wir können zwei Kunden gegeneinander in unserem Orderbuch ausführen, matchen, wie man neudeutsch so schön sagt. Ja, und das ist unsere Aufgabe. Dazu müssen wir natürlich dann auch noch den Markt beobachten und müssen natürlich auch noch versuchen, das Risiko, das sich aus solchen Geschäften ergeben kann, dann im Griff zu behalten. Okay, vielen Dank schon mal für die Übersicht. Das heißt, wenn jetzt ein Auftrag reinkommt, dann sieht man auch jetzt erstmal nicht prinzipiell, ob das jetzt über eine Online-Bank kam oder ob es jetzt über eine Hausbank kam. Aber was ändert sich dann hier? Also was müssen Sie dann konkret umsetzen? Genau. Angenommen, ich will jetzt zum Beispiel als Auftrag mal 100 Bankaktien von der Deutschen Bank kaufen. Also alles spielt sich dann relativ auf kleinstem Raum ab. Alles spielt sich dann auf diesen Bildschirmen ab. Das heißt, wir bekommen hier die Information, dass ein Kunde kaufen möchte und dass sein Auftrag derzeit dran ist. Das wird im Hintergrund alles elektronisch überwacht. Das ging heute anders gar nicht mehr, weil die Märkte viel zu schnell sind. Als ich angefangen habe, war das gerade eine Revolution, dass man das elektronisch überwacht hat und dass man sehen konnte, oh, der Kundenauftrag, der möchte zu einem Limit kaufen, das jetzt erreicht ist vom Markt. Der hat sich jetzt dahin verändert und dann wurde uns das angezeigt. Das war wirklich damals eine Revolution. Heute ging es gar nicht mehr anders. Wir haben insgesamt in Stuttgart 1,4 Millionen Produkte, die Anleger handeln können. Die Zahl ist unbegreiflich. Das klappt gar nicht mehr ohne Technik. Und wenn dieser Auftrag dann bei uns erscheint, dann schauen wir, können wir den gegen einen anderen Kunden ausführen oder, was wir ja auch immer so versprechen, ist, dass wir Liquidität von anderen Börsen mit einbeziehen. Das heißt, wir schauen also auch, da nehmen wir auch gern wieder Reuters mit zur Hilfe, wie an anderen Börsen die Aktie oder was auch immer der Kunde handeln möchte, gerade steht und ob wir da vielleicht sogar noch einen besseren Kurs für den Kunden bekommen können. Und dann holen wir diesen, wenn Sie so wollen, fremden, aber besseren Preis nach Stuttgart und können ihn so gewährleisten, dass der Kunde bei uns ausgeführt wird. Also das heißt, das Aufgabengebiet hat sich sehr stark erweitert. Früher hat man einfach nur geschaut, was passiert in seinem Orderbuch, hat versucht, Kundenordners gegeneinander auszuführen. Heute versuchen wir eben auch noch zu sagen, wir beziehen die Liquidität, also das, was sich an anderen Börsen mit abspielt, auch noch mit ein. Ein gutes Beispiel dafür ist auch, wenn ein Kunde eine ausländische Aktie kaufen möchte, als Beispiel nur mal die Apple, dann ist es für die meisten Kunden günstiger, in Deutschland zu handeln, weil in Amerika an den US-Börsen waren andere Gebühren, höhere Gebühren meistens fällig. Aber wiederum, das ist natürlich die Heimatbörse und an der Heimatbörse gibt es meistens den besten Preis. Und so machen wir zum Beispiel, dass wir dann sagen, wir als Händler können zu guten Konditionen nach Amerika an die US-Börsen und können dann dem Kunden quasi den Preis auch hier in Deutschland bieten. Okay. Und das liegt dann daran, dass wahrscheinlich insgesamt dann zum Beispiel mehrere Kaufaufträge gebündelt werden können, zum Beispiel jetzt für die Apple-Aktie und dann einfach für euch bessere Konditionen wahrscheinlich bei rauskommen, als wenn ich jetzt privat irgendwie an der NYSE oder so. Richtig. Also wir können bündeln zum einen. Natürlich haben wir auch von der Grundstruktur ganz andere Konditionen. Und es ist egal, ob das jetzt deutschlandweit ist oder eben auch im ausländischen Raum. Aber ich finde, da kann man sich es gerade einfach am besten vorstellen, wie da die Thematik ist. Weil jeder, der schon versucht hat, privat an dem ausländischen Börsenplatz zu handeln, weiß, das ist mit anderen Gebühren einfach verbunden, als wenn er in Deutschland bleibt. Bedeutet das konkret dann, dass ich jetzt zum Beispiel im Handel mit Auslandsaktien über die Börsen Stuttgart warten sollte, bis die Referenzbörsen in Amerika geöffnet haben, dass ich es also jetzt nicht zum Beispiel vorher mache, wo die noch zu haben? Also grundsätzlich, was natürlich passieren kann, ist, während der Haupthandelszeiten, also das gilt für deutsche, aber auch natürlich für amerikanische Aktien, habe ich immer natürlich die meiste Liquidität. Das heißt, da kann ich grundsätzlich einfach die besten Preise bieten. Das ist definitiv so. Aber das Schöne ist ja, man kann sich ja heute auch immer schon vorab informieren, wie gerade einfach der Preis steht. Das braucht man ja heute nur noch im Internet einzutippen und sieht zu jeder Zeit, wie die Taxe ist, also wie man die Aktie gerade kaufen oder verkaufen könnte. Und so finde ich, kann man sich schon im Vorfeld gut informieren und dann kann man selbst entscheiden, okay, passt mir jetzt der Preis oder warte ich vielleicht mal noch ab, ob der noch besser wird. Da gibt es leider keine super Antwort, die ich Ihnen jetzt geben kann. Das ist von Fall zu Fall einfach abhängig, weil das muss man entscheiden, weil wenn ein Kunde unbedingt morgens um neun ja schon sagt, ich möchte jetzt die und die Aktie verkaufen, weil sie einfach fällt, dann kann man natürlich warten bis 15.30 Uhr, aber ob dann der Kurs besser ist, ist dann wieder die andere Frage. Genau, weil wir gerade vom Kurs sprechen, man hört zwar immer oder man lernt ja eigentlich, wenn man sich weiterbildet, dass der Aktienkurs einer Aktie ja immer im Endeffekt durch Angebot, Nachfrage entsteht. Aber wie kann man denn jetzt genau zum Beispiel bestimmen oder wie wird sozusagen genau berechnet, ob jetzt ein Kurs beispielsweise von, nehmen wir mal an, 57 Euro auf 58 Euro steigt? Was passiert dann konkret? Ja, konkret ist eine interessante Frage, die Sie stellen, aber konkret muss Folgendes passieren. Also ich muss natürlich zum einen immer wieder Leute haben, die bereit sind, immer noch höhere Preise zu zahlen. Also das heißt einfach von Ihrer Limitierung her, wenn Sie wollen, Sie haben gerade die 57 Euro angesprochen, wenn jetzt die Leute nur bereit sind, zu 57 Euro zu kaufen, dann muss natürlich auch jemand bereit sein, zu 57 Euro zu verkaufen. Wenn jetzt aber das eine, also das ist ganz klassisch so, wenn jetzt aber jemand sagt, oh die Aktie ist aus meiner Sicht aber mit 57 Euro zu günstig, dann möchte ich gar nicht verkaufen, dann wartet er ab. Wenn dann die Käufer ungeduldig werden und sagen, oh ich möchte die Aktie aber unbedingt und okay, ich zahle 57,50 oder ich zahle 58 Euro, dann geht es natürlich weiter nach oben. Das heißt, man signalisiert dem Markt, ja, die Käufer sind bereit, höhere Preise zu zahlen, ja. Da hat jemand so viel Interesse an der Aktie, der zahlt noch mehr. Ja, und das lockt natürlich dann irgendwann, lockt es auch die Verkäufer an, die dann sagen, ach zu 58 Euro, jetzt ist die Aktie nochmal innerhalb eines Tages, innerhalb von ein paar Minuten vielleicht nochmal einen Euro gestiegen, jetzt verkaufe ich mal, das ist okay, das ist mein Kursziel. Also es müssen ganz grundsätzlich immer zwei unterschiedliche Marktmeinungen aufeinandertreffen. Es ist nach wie vor so, auch im 21. Jahrhundert, wenn einer kaufen will, muss jemand anderes verkaufen. Es gibt heute allerdings noch, wenn sie so wollen, die sogenannten Market Maker, also die versuchen einfach, also wie es der Name schon sagt, sie wollen einen Markt machen, das heißt, die wollen Liquidität zur Verfügung stellen, das heißt, die wollen jetzt nicht Positionen auf- oder abbauen oder wie auch immer, sondern sie versuchen einfach Liquidität in den Markt reinzugeben, damit der Markt in Gang kommt. Das heißt, die versuchen dann einfach jederzeit den Kunden noch eine zusätzliche Möglichkeit zu geben, wenn sie sagen, ich möchte jetzt aber gern kaufen und keiner ist gerade bereit zu verkaufen. Aber natürlich, das stößt irgendwann auch natürlich an seine Grenzen. Wenn alle nur noch die Aktie haben wollen und keiner will sie verkaufen, weil jeder sagt, das ist das beste und tollste Unternehmen in der Welt, das muss ich behalten, dann wird es natürlich eng. Dann werden irgendwann wahrscheinlich der ein oder andere Käufer so nervös, vielleicht sogar schon fast panisch und dann sagt er schon fast quasi, ich will jeden Preis zahlen. Und wenn man jeden Preis zahlen will, dann kriegt man auch irgendwann die Aktien. Ob das dann der gute Einstiegszeitpunkt ist, weiß ich nicht. Okay, worauf muss ich denn, oh, jetzt ist Strom ausgefallen? Nein, nein, quasi kleiner Bildschirm schon, alles in Ordnung. Genau, wo wir jetzt gerade bei diesem Thema waren, das ist ja im Endeffekt das, was Sie gerade angesprochen haben, was also immer gewährleistet sein muss, ist im Prinzip halt einmal dieser Geld- und dieser Briefkurs. Es ist also der Bid-Kurs, der Geldkurs ist doch das, das ist sozusagen, was ich als Käufer höchstens bereit bin zu zahlen, oder? Und der Briefkurs, was der Verkäufer halt sozusagen der niedrigste Kurs, den er akzeptiert zum Verkaufen. Ist das richtig oder habe ich es genau verwechselt jetzt? Ich zeige Ihnen mal was. Nicht im Übrigen, genau, als einfach nur Beispiel, wir sind hier in Stuttgart, also muss ich die Daimler-Aktie nehmen, das ist quasi schon Pflicht. Was wir hier jetzt schön sehen, klar, wir sind in Stuttgart, ich nehme die Daimler-Aktie, einfach aus Lokalpatriotismus. Wir haben Geld und Brief, was angezeigt wird. In der Haupthandelszeit zwischen 9 und 17.30 Uhr bieten wir das Ganze ohne Sprettern, also das heißt jetzt, hier Geld und Brief ist gleich. Aber grundsätzlich reicht es zum Illustrieren, das hier, Sie sehen es immer wieder blinken, das datet sich ab. Das heißt, ich gebe hier ein Signal dazu, zum Briefkurs könnte der Anleger jetzt jederzeit eine Aktie kaufen. Das heißt, im Umkehrschluss zum Briefkurs ist ein anderer Kunde bereit, die Aktie zu verkaufen. Wenn ich mich orientieren will und möchte sagen, ich möchte jetzt aber die Aktie verkaufen, dann ist für mich immer der Geldkurs entscheidend. Das kann man sich immer gut auch deswegen vorstellen, der Geldkurs ist normalerweise, hier haben wir jetzt eine Sondersituation zugegeben, aber normalerweise ist der Geldkurs niedriger als der Briefkurs. Das heißt, es gibt nicht die Möglichkeit, zum niedrigeren Kurs zu kaufen und zum höheren gleich wieder zu verkaufen, nein, sondern ich kaufe zum höheren und verkaufe zum niedrigeren Preis. Genau. Und das ist die Situation, die eigentlich immer vorherrscht. Und was vielleicht auch in dem Zusammenhang noch ganz wichtig ist, mancher Anleger unterliegt dem Irrtum, auf den letzten festgestellten Preis zu achten. Das heißt, man schaut einfach, oh, heute vor einer halben Stunde gab es ja hier mal einen Preis bei so und so viel, an dem orientiere ich mich jetzt. Das ist so nicht ganz richtig, denn man muss sich an dieser Geldbriefspanne orientieren, die sich die ganze Zeit updatet und die zeigt mir immer an, wo sich der Markt jetzt gerade befindet. Also, ganz wichtige Information, nicht auf den letzten festgestellten Preis schauen, der kann unter Umständen schon eine Zeit lang her sein. Immer auf die Taxe schauen, dann weiß ich, wo der Markt gerade steht und ich weiß, was ich gerade zahlen müsste, wenn ich jetzt in die Aktie einsteigen möchte oder was ich bekomme, wenn ich entsprechend jetzt gerade verkaufen möchte. Okay, was mich und natürlich auch den Zuschauer, der das gefragt hat, auch noch interessiert, ist, wie wird jetzt eigentlich der Preis einer Aktie festgelegt, die zum ersten Mal an der Börse gehandelt wird? Also, diese klassische IPO. Zum Beispiel hatten wir jetzt ja kürzlich, glaube ich, die IPO von PayPal, das abgekapselt wird von...